Servus zur Map Crossfire, wieder Ausbruch, gleicher Spielmodus. Wie gesagt, ihr seht ja gleich Location, wenn ihr das vorherige Video gesehen habt. Nur eben andere Platzierung der Blöcke und dergleichen. Und erstmal wenn jemand kommt, da ist er. Ich glaube, hier wird gleich einer kommen von der Seite. Hier kommt eigentlich immer einer. Jawoll, weg mit denen. Wupp, das war geil. Das war wirklich eine perfekte Runde. Reihe Kills gleich. Ich hoffe, dass man diese Dinge auch bauen kann später im Schmiedemodus. Jo, wenn ihr, also, was mir total gefällt, ist eigentlich immer eine Schmiede, weil ich liebe es, irgendwelche Maps zu erstellen. Ich habe richtig krasse Maps gebaut, bei Halo Reach, Halo 3 und Halo 4. Wenn ihr da mal welche sehen wollt, zum Beispiel ein Gameplay von denen oder dergleichen, also mit ein paar Kumpels, schreibt es mal rein oder so, weil... Scheiße! Äh, weil die, da habe ich richtig viel Zeit investiert und die sind eigentlich auch richtig gut geworden. Genau, oh, wieder gewonnen, jawoll. Genau, schreibt es mal rein, wenn ihr das mal sehen wollt. Hier in Halo 5, wenn der Schmiedemodus richtig geil ist, werde ich natürlich auch wieder viele Maps bauen. Keine Ahnung, vielleicht mal so ein Let's Build oder so, so ein, ja, so ein... Wenn ich jetzt in so einem Speedrun sozusagen alles, ähm, baue, dass man es so ganz schnell sieht. Das werde ich vielleicht mal machen, mal gucken, ob ich da einen Bock drauf habe. Oh! Massaker! Boop! Wieder eine perfekte Runde. Also ich weiß nicht, ob... Das, glaube ich, sind sogar die gleichen Typen von vorhin, wenn ich mich nicht täusche. Runde 4. Dann wundert es mich, dass wir gerade so gut sind. Scheiße, ich wollte mich hochziehen, aber es ging nicht. Hier sind die Granaten, wenn ihr sieht. So. Ah, Plasmogranaten, das ist geil. 4 gegen 1. Woot! Okay, ich glaube, die Runde geht schneller um, als ich erwartet habe. Okay, alles kurz vor der Eliminierung. Das ist natürlich sehr gut für uns. Was ich glaube, was es sein soll, ist so eine Art Simulation sein, wo sie so, sozusagen, so ein Trainingsraum, wo die Spartans gegeneinander kämpfen, weil... ...sie sagen ja immer, schickt sie zurück zur Grundausbildung. Denke ich mal, dass es eben so ein Trainingsprogramm von den Spartans ist. Fuck! Da waren zu viele drin. Komm, hau ihn weg! Sieg! 3 gegen 2. Vor allem, waren die anderen beiden down. Schneller Sieg! War cool. Genau, das war jetzt die andere Map. So hat man die jetzt nur kurz gesehen. Hoffe, es hat mich trotzdem gefallen. Bis zu in der nächsten Runde. Ciao! 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 !